Ich möchte unsere Diskussion einleiten mit vier Thesen zur Zukunft der europäischen Öffentlichkeit. Erste These, Europa kann nicht zurück zu Einzelstaaten, es geht nur vorwärts zur Stärkung und Ausbau der Union. Das hat Gründe im Inneren. Wir können nur gemeinsam die Herausforderungen stemmen, die sich aus Corona und Brexit, aus Migration und der Integration der osteuropäischen Mitgliedstaaten ergeben. Aber auch Gründe im Äußeren, nämlich durch die Lage Europas zwischen den USA, Russland und China. Zweite These, die politische Union braucht eine europäische Öffentlichkeit, genauso wie jeder Einzelstaat. Dazu gibt es auch bereits Ansätze, aus dem Rundfunkbereich, Euronews oder dann bilateral und trilateral, Arte und Dreisat. Aber aus dem Pressebereich, hier ist Eurozine zu nennen, Eurective, Politico, EU. Die Financial Times wird als die europäischste Zeitung bezeichnet und all diese Angebote gibt es auch online. Damit steht sie aber auch direkt in Aufmerksamkeitskonkurrenz mit Facebook, YouTube, Twitter. Und sie weckt damit auch die Idee einer der Notwendigkeit von europäischen Alternativen. Wir hatten ja bereits das Projekt einer europäischen Suchmaschine. Ein europäisches Facebook oder YouTube ist immer wieder gefordert worden. Und dann schließlich die Idee einer europäischen Supermediathek. Das war das Projekt, mit dem Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunk, angetreten ist, als er den ARD-Vorsitz übernommen hat. Und um ein solches europäisches Großprojekt zum Gelingen bringen zu können, müssen natürlich alle mitmachen und vor allem der Springer Verlag. Meine vierte These, die europäische Öffentlichkeit kann keine Megaplattform sein. Ziel ist es, ein Netzwerk zu errichten aus gemeinsamen Protokollen und Werkzeugen. Die Identität der EU ist Einheit in Vielfalt. Und genau so muss auch die europäische Öffentlichkeit sein. Also eine Vielzahl von Anbietern und Aggregatoren von Inhalten, miteinander verknüpft durch offene APIs, durch Metadaten und Protokolle. Darunter ein gemeinsamer Bestand an freier Softwareinfrastruktur für Plattformen, also die verschiedenen Funktionen, die es braucht, um eine solche Plattform zu betreiben. Login, Personalisierung, Kommentierung und Beteiligung, Suche, Empfehlungen, Kuratierung, Vertrauensmetriken, heute in Zeiten des Vertrauensverlustes in Medien ein ganz wichtiges Element. Übersetzungen, klar, wir haben es in Europa mit einer Vielsprachigkeit zu tun. Faktenchecks, auch das heute ganz klar eine wichtige Anforderung. Aber auch in die Bereiche Messenger, also gar nicht klassischer Rundfunk, müssen wir gehen. Und jetzt in Zeiten des Corona-Lockdown sind Videokonferenzsysteme wichtig geworden. Und auch hier sehen wir, dass da noch einige Arbeit erforderlich ist und weitere Funktionen, beispielsweise für Rechtemanagement. Um dieses Projekt zu entwickeln, gibt es vier europäische Initiativen, die jeweils entstanden sind aus einer Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichen Medien, öffentlichen, zivilgesellschaftlichen Wissensinstitutionen und der Wissenschaft. Also öffentliche Wissensinstitutionen wären beispielsweise Bibliotheken und Museen, die bereits in dem europäischen Netzwerk Europeana zusammengeschlossen sind. Zivilgesellschaftliche Wissensinstitutionen sind natürlich der Leuchtturm Wikipedia, aber auch Open Educational Resources oder Freifunk als Infrastrukturanbieter gehört hier mit dazu. Die vier Initiativen, die eine solche Infrastruktur als Public-Civic Partnership bauen wollen, sind Public Spaces in den Niederlanden, gestartet von Gertjan Bogarts, der Digitalleiter des niederländischen öffentlich-rechtlichen Senders Faye Perrault. Dann haben wir POS in Österreich, Public Open Spaces, um den ORF genauer, das Public Value Center, sehr gut vernetzt, auch vor allen Dingen mit der Wissenschaft in der Schweiz und auch in Deutschland. Dann haben wir das jüngste Projekt Beyond Platforms gestartet von Florian Hage, dem Leiter von Funk, von dem Web-Videospezialisten Bertram Gugel und dem Videoproduzenten Markus Heidmeier. Und schließlich nicht zuletzt EPOS, also European Public Open Spaces, das vor allen Dingen aus einer Initiative der Wissenschaft heraus entstanden ist. Barbara Thomas, Christine Hortz sind hier zu nennen, aber auch in Zusammenarbeit mit Wikimedia Deutschland. Ein Erfolg aus einem parallel laufenden Projekt von Wikimedia Deutschland ist hier zu nennen. Hier gibt es seit langem Gespräche, öffentlich-rechtliche Inhalte für die Wikipedia nutzbar zu machen. Das ZDF hat Clips aus Terra X frei lizenziert, die auch bereits in Wikipedia-Artikel eingebettet sind und hier vielfach Nutzer finden. Vor allen Dingen sind das Erklärstücke zum Klimawandel. Auch die Internet-Community hat die zunehmende Zentralisierung des Internet als Problem erkannt und eine Bewegung zu seiner Redezentralisierung gestartet. Hier ist beispielsweise zu nennen, Brewster Kahle, der Entwickler des Internet Archive und Sir Tim Berners-Lee, der Entwickler des World Wide Web. Ein Beispiel für ein solches offenes Protokoll ist ActivityPub, das vom W3C entwickelt wird. Das erlaubt es, verschiedene Plattformen miteinander zu verknüpfen und hier Dialoge, Gespräche über Plattformen hinweg zu ermöglichen. Als dezentrale Alternative zu Facebook ermöglicht das Mastodon oder Peertube als Alternative zu YouTube oder Nextcloud als Alternative zu Google Docs. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen für die europäische digitale Öffentlichkeit, dass hier Orte geschaffen werden, an denen Filterblasen aufeinandertreffen können. Auch Ulrich Wilhelms Vorstellungen haben sich im Laufe der Zeit verändert, weg von einer Supermediathek hin zu dem, was er dann Infrastruktur für Plattformen in Europa genannt hat. Also eine ganz ähnliche Idee von einem Baukasten, aus dem man dann verschiedene Plattformen zusammenbauen kann. Mitte Juli ist nun ein Papier erschienen, mit herausgegeben von Wilhelm, ein Papier einer Arbeitsgruppe der Deutschen Technikakademie ACATEC mit dem Titel European Public Sphere – Gestaltung der Souveränität Europas. Das ist für meine Lesart eine sehr businessorientierte Top-Down-Vorstellung. Hier scheint es mir zu gehen, vor allen Dingen um eine Vertriebsinfrastruktur kommerzieller und öffentlich-rechtlicher Inhalte. Und dann gibt es da auch noch eine Schmuddelecke, wo Leute UGC, also User Generated Content, machen können mit rechtegeklärten Inhalten und einfachen Werkzeugen. Hier gibt es sicherlich noch einiges an Diskussionsbedarf, aber die Diskussion ist eröffnet, das ist gut so. Und ich denke, wir können damit rechnen, dass vor Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft Ende des Jahres hier in dieser Richtung auch noch weitere Entwicklungen erfolgen werden, auf die ich sehr gespannt bin. Jetzt aber bin ich erstmal gespannt auf unsere Diskussion.